Wahrscheinlich hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Welt Dinge über dich sagt, die meistens negativ sind und du weißt aus der Bibel, dass es da Dinge gibt, die gut sind, die wertvoll sind, die dir im Leben weiterhelfen können. Und so habe ich kürzlich ein gutes Beispiel über einen Pastor gehört, der seine kleinen Kinder lehren wollte, die Wahrheiten der Bibel schon in sich aufzunehmen. Er wollte, dass das spielerisch in ihrem Alltag eingebaut ist. Und so hat er sich überlegt, dass er kleine Kärtchen angefertigt hatte und darauf hatte er die biblischen Wahrheiten draufgeschrieben. Zum Beispiel, du bist wertvoll. Gott ist für dich. Der Herr ist mit dir. Alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Und damit sie lernen, den Unterschied zu verstehen zu dem, was die Welt über sie sagen würde, hatte er auch Kärtchen angefertigt, wo drauf stand, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, aus dir wird nichts, schon wieder hast du es nicht kapiert. Und so hat er die Kärtchen gemischt und er hat den Kindern beigebracht, immer wenn es dieses Wort Gottes war, du bist wertvoll, du bist wertgeachtet in den Augen Gottes, dass sie gejubelt haben und geklatscht haben. Und immer wenn sie ein Kärtchen gezogen haben, mit dem, du schaffst es nicht, du kannst das nicht, du wirst nie was, dann haben sie gerufen Nein und gebuht, damit sie einfach lernten, diesen Unterschied in ihrem Leben schon ganz tief in sich einzupflanzen. Das hatte zur Folge, dass sie wirklich das als kleine Kinder schon ganz früh in sich aufnehmen konnten. Jetzt wirst du sagen, ja, ich hatte dieses Vorrecht nicht, ich hatte keine Eltern, die gläubig waren, mir hat niemand das früher beigebracht. Und ich höre vor allen Dingen immer das Andere, das Negative, immer dieses, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und ich habe diesen Stress in mir, das schon eher zu glauben, als das, was in der Bibel steht. Eine gute Nachricht für dich ist die, auch als erwachsene Menschen können wir lernen. Wir hören nicht auf, zu lernen. Und so kannst du es auch lernen, die biblischen Wahrheiten, das, was Gott über dich sagt, in dein Leben hineinzunehmen und zu glauben, zu lernen und zu glauben, es auszusprechen. Du kannst jetzt damit anfangen. Du kannst dir die Bibel nehmen. Du kannst dir Bibelferse mit den biblischen Wahrheiten raussuchen. Du kannst anfangen zu sagen, Gott ist gut. Gott meint es mit mir gut. Gott ist für mich. Der Herr wird für mich streiten. Er wird für mich kämpfen. Der Herr wird die Dinge in meinem Leben zum Besten dienen lassen. Und all diese Wahrheiten aufzuschreiben, auf kleine Kärtchen, sie mit dir zu führen, sie dir irgendwo hinzuhängen, irgendwo reinzulegen, da, wo du sie immer um dich hast. Es ist ganz wichtig, dass du das Wort Gottes vor den Augen hast. Und dass du es liest. Und dass du es immer wieder liest. Das ist ja das, was wir mit Lernen tun. Wir lesen immer wieder etwas, bis es ganz tief in uns eingesunken ist. Und ich kann dir sagen, das Wort Gottes hat Power, das, was es von Gott in sich trägt, in deinem Leben hervorzubringen. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, sondern es wird bewirken, zu dem es ausgesandt ist. Und es ist immer zu deinem Besten ausgesandt. Immer zu dem, dass es auf Gott hinweist. Immer in der Beziehung mit Jesus aufstrebend ist. Dass es immer mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Und ich wünsche dir, dass du das wirklich aufnimmst. Das ist wirklich ein guter Ratschlag, ein guter Tipp für dein ganz persönliches, praktisches Leben. Für den Alltag. Ich wünsche dir, dass du erkennst, Gott hat mehr für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!